hallo willkommen zu einem neuen let's play and talk crusader kings 3 heute ist freitag der 30 september 2022 16 56 und das wochenende ist fast da wir haben es geschafft also zumindest die leute die am wochenende nicht arbeiten müssen und die dies müssen hoffe ich dass die arbeitszeit entspannt wird und ihr nicht zu viel gestresst wird ja vielleicht kann man sich ein bisschen ablenken mit einer runde crusader kings denn wir sind zurück in angria bei unserem herzog christopher der inzwischen man sieht es ein bisschen älter geworden ist aber immer noch gut in schuss also zumindest äußerlich mehr oder weniger inzwischen 51 jahre alt und leider gebrechlich wodurch ich halt ja mega viele abzüge überall diplomatie kriegsführung verwaltung eigentlich überall drei punkte kampf geschickt sogar sechs und ja das heißt wir haben gar kein kampf geschickt mehr ja verwaltung sind wir eigentlich immer noch relativ gut aber der rest ist halt können jetzt nur hoffen dass da vielleicht noch was passiert weil unsere spieler erbe wie du kind meine ich zurzeit verwundet ist vernarbt was aber da sein prestige erhöht das ist ganz gut und muss man gucken das ist auch schon 29 hat er dann schon und er hat noch kein spiel doch hat er christopher also der oder dann kommen wir kommt ja danach ja eventuell wieder ein christopher auf den drohen auf den herzogs drohen oder wie man das auch dann heißt gut so ansonsten ja das übliche da müssen wir zurzeit nichts machen wir beeinflussen ja gerade könig heilwig den könig von bayern kriegt man das nähen zählen kräfte dann kräften da oben man naja gut so wir greifen momentan links waren würde ich sagen so neun monate sind wir noch in schleswig ist der ratskanzler noch in rats marschallin heißt das so rief in der magina von oldenburg meine heimatort also heimatstadt hier bin ich geboren in der geburtstadt in oldenburg noch neun monate ist sie noch in schleswig so bauen beziehungsweise ausbauen tun wir auch noch hier können wir wieder neu bauen hier sind wir fertig forstwirtschaft mit die steuern ich mache hier aber die phosphateschrift ist aber auch nicht schlecht ja machen wir jetzt mal das kostet auch nur 80 gut haben wir sonst auch was wir beachten müssen gefangen haben wir zurzeit nicht ich könnte wie du könnt aber jetzt nämlich glaube ich ja auch doch nicht der war war mal kriminell auch schwer heilbare wunde flauschiger und zutische tippich verheiratet mit isentrude genau ja gut gut dann starten wir mal gucken was uns diese folge so bringt ich bin ja noch über überlege ja immer noch was wir jetzt dann machen wo wir dann den nächsten angreifen weil ich weiß ja nicht genau wenn wir hierherren mich polania holen ne quatsch pola 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 ähm äh lehnste da moment mal eben genau wenn ich den könig brettislav von pola wenn ich den nieder mache dann habe ich ja quasi den könig besiegt dann müsste ich ja dann theoretisch auch könig sein weil er ein ständer gebaut sehr schön so sehe ich das zumindest weil dann ja habe ich ja einen könig entthront von der armeen müsste das gehen ähm champions habe ich auch wir werden angegriffen 2 1 und hinter ah jetzt wollen sie abhauen geht ihr halt dahin so so dann müssen wir gucken geplünderte beute wieder beschafft 26 not bad könig heilwich ist nicht beeinflusst und benachbar der herrscher gewann krieg oberhäuptling äh kittin mundr hat einen krieg gewonnen der verlierer häuptling wiesbauer von kreinja krieg gegen die tyrannei von oberhäuptling kittin mundr so 99 leute haben wir verloren der hat 57 verloren details ritter ritter ja meine ritter sind nicht so toll ich muss man ganz ehrlich leider so sagen so hier ist fertig können wir die auflösen zack ah gräfinner in magina von ollenburg hat die aufgabe bei mehr kontrolle in gemeinde von schließlichen endet so dann lassen wir kurz laufen und dann muss sie nämlich zum nächsten wir müssen hier nämlich so dann in dit marschen weitermachen moment neuer bischof marbold mag mich billigt mich okay ähm gicht geplagt ja ja seid gegrüßt her zu christoph von angrier ja es würde mich entzücken wenn sohn udo von euch meinen hof in montbilla besuchen könnte um seine gleichgestellten zu treffen ich lade jeden von rang und namen ein wozu leider auch er zählt ja bleib los weg freund walter wird erwachsen ich bin stolz darauf meinen sohn nicht mehr als kind sondern als erwachsenen zu sehen lange zeit hatte ich gehofft dass er nur ein nur das ist nur einen guten mentor braucht um walter die feindheiten der kriegskunde näher zu bringen das war einfältig von mir er hat nur grundlegendes verständnis des themas entwickelt wenigstens hat er das wichtigste der armeeverwaltung erlernt ich kann nur hoffen dass der rest mit der erfahrung kommt nicht schnell in diese flüge werden zäher soldat das finde ich schlecht und glaubenskrieger ähm alter bleibt mir weg wo dahin wo dahin einem udo ludolfingers zurück genau geh da oben hin da oben kannst du schön dich austoben wenn du Lust hast das interessiert mich nicht das gehört nicht mir meine säuglinge oh mechthild ihr wart so tapfer so stark worte können ich beschreiben wie stolz ich auf euch bin und nun haben wir zwei perfekte kleine kinder wer wer werdet ihr eins sein meine kinder und wie soll ich euch nennen hengist und oder ne ähm Markus Clement Laurens Giesel Giesel ähm ja das wäre dann ja ich Ortbert ja Ortbert will ich den nicht nennen ähm Ruderich Ruderich Ludwig ah Ludwig ist natürlich immer kommt immer gut Ludwig ist gut aber nicht oder Philippa Stefania Jutta Maria Maria Rachel Stefania Joan Elisabeth habe ich schon glaube ich ähm Benediktor Benediktor ist auch nice Möge dir stark und weise werden willkommen im Leben Kind in meiner Dynastie Kind in meiner Dynastie meine Tochter Wildtruth hat ein Kind zur Welt gebracht ja Ludolfinger Dynastie Anno ähm Eilwig ist auch cool das findet ihr bestimmt gut und wir können einen neuen Punkt hier organisierte Stammrollen aufgebot Verstärkungsrate plus 100% Zentralisierung Entwicklung Zuwands und Reichssitz Möge machen wir jetzt das ja ja das ist doch schön König Heilwig beeinflusst das ist plus 18 ja wie gesagt die Möglichkeiten die ich jetzt noch sehe ähm was kostet das 38 ähm ist halt wie gesagt dass wir dann warten weil wenn Christopher jetzt schon gebrechlich ist gebrechlich ist wird er ja leider ähm demnächst irgendwann dann nicht mehr da sein und ähm dann ist Widukind ähm Herzog der dann ja kein Bündnis mehr mit ähm Odbert hat und dann könnte man das nochmal in Angriff nehmen mit dem ähm mit dem ähm das wird ja seinen Titel übernehmen oder aber wir greifen Polarben an und holen uns da halt die Königwürde ähm mehr Kontrolle in Gemeinden den Marschen schon beendet nicht schlecht Swerfred wird erwachsen ich bin stolz darauf meinen Sohn nicht mehr als Kind sondern als Erwachsenen zu sehen mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Swerfred das kaum ein natürliches Talent für vorsichtige Planung zu haben scheint doch ein echtes Verständnis dafür erlangen wie man sie einsetzt er kennt nun viele Wege das zu bekommen was er will noch wichtiger ist jedoch dass er sich der politischen Implikation dieser Wünsche sehr bewusst ist der Beitrag von Königin Oda zur Ausbildung von Swerfred darf nicht unerwähnt bleiben ihr Unterricht hat Swerfred wertvolles über sein künftiges Leben gelehrt diese war ja schon tot 931 letztes Jahr 440 äh schade irgendwo also nicht gut ähm ist ein undurchschaubar Intrigenspinner also ein guter für meinen Rat vielleicht später ja so was haben wir hier genau Swerfred Swerfred kann heiraten wen haben wir denn hier ja die ist ja mit mir verwandt die den gleichen Namen wie ich also wird die wohl verwandt mit mir sein möglich ist binne Stadt von Hofgeismar Brunnhilde äh Prestigeturks äh äh oh Gott sind alle so alt und die ist noch zu jung und meine Enkelin also ähm ja weil die werden ja verwandt sein ich wollte meine ja im gleichen Namen ob er das macht Stadt von Hofgeismar Herrscher Bürgermeister und Mächtel von Hofgeismar Jensherr die Marsch achso ja dann muss es halt irgendwie okay ja aber da kriegt ihr zu wenig äh dann so viel Abzug schlau Dora ja gut egal so und dann können wir hier nochmal gucken so hier bauen wir noch fünf Monate noch fertig 2 6 2 1 das ist am niedrigsten Bannerberg mhm bauen wir die Jagdhütten aus kostet 120 das ist doch gut ähm ja Zwerfret und Dora heiraten ich nehme mir die vorgeschlangene Heirat an euer Sohn Zwerfret und meine Bekanntschaft Dora gehen den heiligen Bund der Ehe ein mir gegotten ihn ein langes Leben und viele Kinder schenken gezeichnet durch lauchter Doge Bernadino von Venedig Dora the Explorer Nice und wir können Udo ähm ein Vormonokontext Verwaltung ja mach mal lieber Verwaltung Bro ähm ja ich ich natürlich so ja ähm ne noch schon wieder Huldigen ne ich will nicht huldigen erhöhte militärische Präsenz Grafstoff von Oldenburg hat militärische Präsenz für fünf Jahre erhalten verleiht Immunität gegen gemeine Korruption sehr gut diese Grafstoff hat eine gut organisierte Präsenz an Truppen die die örtlichen Herrscher nach Bedarf unterstützen Garnisonsgröße plus 20% Kontrolle zu wachsen plus eins im Monat der ausgezeichnete Kriegsführungswert eures Ratsmarschalls hat diesen Glücksfall verursacht ja das ist doch gut so äh ihr Partner vermittelt bei katholischem Cousin Graf Magnus gewann zehn Jahre lang Meinung von mir ok 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 so dann machen wir hier mal weiter in Stade das dürfte ja auch so lange nicht dauern oh König Heilwig ist gestorben wir können ihn nicht mehr beeinflussen Scheiße wer ist denn jetzt hier Chef von Bayern König Udo König Udo hm oder irgendjemanden den man heiraten kann Prinz Heinrich von Bayern ja gut ähm ja das heißt hier ist ein großer Bündnispartner weggebrochen na geil ah fuck ja dann beeinflusse ich halt ihn schau ach schau ja hat's für der Lager an Hedebi gebaut ähm mein Gemeinung von fränkischer Herkunft wurde in den Straßen von Wölpe eines geringeren Vergehens attackiert äh wenn ich in einer Stellungsnahme Partei für ihn ergreife könnte König Udo von Bayern ebenfalls dieser Kultur zugehörig womöglich deutlich erkennen von welch gutem Charakter ich doch bin äh ich bin doch dabei riskiere ich meine Gleichgestellten aus meiner Kultur zu bruskieren ähm ja pfff dass mein Plan jetzt nicht mehr funktioniert der ist zu groß also den kann ich nicht platt machen und der ist auch wieder zu groß fuck aufeinanderprallende Kulturen die meisten gemein die in Grafschaft von Schleswig leben stammen aus der nordischen Kultur sie sind stolz auf ihre Tradition und es gefällt ihnen gar nicht dass sie einem Fremden dienen müssen wo doch mein Nachbar Jarl Helgi ihre Kultur und Geschichte teilt ähm ich werde ihnen zeigen wie überlegen die sächsische Kultur ist ich halte 153 Prozent ähm die übernehmen meine Kultur sächsisch oder örtliche Tradition missachtet ähm ich schert mich nicht ob sie ihre selbst am Tradition behalten okay örtliche Tradition geachtet plus 20 von meiner die Quillen bauen sie mir einerlei ich bin ihr Herrscher näher mache ich versuche ich das ja sehr gut Schleswig ist zu Sachsen geworden also Kultur das finde ich gut das finde ich sehr sehr gut so können wir hier noch wieder weiter bauen du 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 in Lüneburg okay bauen wir weiter kann ich hier irgendwas bauen ähm burs 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 ähm 180 ähm gut wo sind wir denn gerade bei Stadtplanung nach 17 Jahre das dauert ja noch Verlobte können heiraten Jutta von Plauen und Walter Ludolfsinger ja also gerne nehme ich die vorgeschlagene Heirat an euer Sohn Walter und meine Enkelin Jutta gehen den Heiligenbund der ihr ein Möge Sankt Brigida diesen Bund segnen gezeichnet Gräfin Hasala von Minden jetzt habe ich wieder das Problem der Verbündeten Thüringen Thüringen mein Sohn ja das hier kann ich ja ähm angreifen theoretisch ich habe ja Ansprüche beziehungsweise Hasala hat ja Ansprüche aber wenn der kommt mit seinen Leuten dann äh sieht das mal nicht so gut aus so mehr Kontrolle in Gemeinden Start ist auch beendet gut dann haben wir ja nur noch oh alles fertig sehr gut ja ja da müssen wir dann gucken für den Holimior ist das hier König Ludus Beeinflusser hat jetzt 45 Cousin bei Belagerung Cousin bei Belagerung getötet mein Cousin Sunifred wurde getötet für eine Belagerung von Presparock Oberhäuptling Predislav von Balaton gelang dieses Arsch mit Ohren ja und ich kann immer noch nicht äh wo war das Anspruch hier bitten aber nicht mehr viel nicht mehr viel ich beeinflusse den mal vielleicht aber dann muss es schnell gehen gerade schon von Dunneberg hat auch die militärische Präsenz erreicht äh erhalten gut das ist doch schön Bluthundzwinger in Dunneberg gebaut sehr schön ähm so wollen wir da die Holzkaserne aus in Wilpel meine Schwiegertochter Isentruder hat ein Kind zurückgebracht was ja wie zu ja wie ja Marmold Goswin Gieselmar Jasper Jasper ist gut Jasper reicht ähm so Zentralisierung Entwicklung, Zuwachs und Reichssitz plus 0,3 im Monat sehr schön ja aber es läuft doch also könnte natürlich besser laufen aber ja das kriegen wir schon irgendwie hin meine Tochter Wildrot hat sein Kind zur Welt gebracht Merten ja Merten Joa niedrige Haltbarkeit Turmgefäß was kostet das? 38 machen wir alles klar alles klar das ist nicht beeinflusst so'n Scheiß gut ja ähm kann ich noch irgendwas anderes machen? Spruchstelle einladen Selbstmordversuch unternehmen ne von der Pilgerreise gehen Jagdveranstalt erst mal eine Arztsuchung hatte Fakten auftrag geben was würde mir dann fehlt mir dann und ich bin nicht unabhängig klar Kosten äh 300 Gold die hätte ich 500 Prestige und 200 Frömmigkeit hätte ich auch ja ich bin halt nicht unabhängig ok alles klar aber wenn ihr noch was wisst dann schreibt mir das bitte in die Kommentare wie ich das irgendwie beschleunigen kann das wäre nice joa und äh ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ja dann lasst bitte einen Daumen nach oben da ein Abo wäre nice empfehlt mich weiter wenn ihr möchtet und äh wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bis dann alles Gute bleibt gesund bleibt sicher bye bye euer Tobi